Vergesst das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und das Video zu aktivieren, meine beiden anderen Kanal zu abonnieren und das Video nicht zu liken So schon gesagt, jetzt ist es auf jeden Fall scheißegal, wir sind ein cooles Gehen Ähm, mal wieder Ich habe ja Bock drauf bekommen Und... Joa, mal gucken Ist hier drunter doch nicht los, wer ist wieder gelaptet? Spiel mit Dynamik, FOV oder nicht? Ich brauche das nicht Oh scheiße Die Runde geht gleich los Ist noch ja irgendwo das Spiel betreten, wir sind ja schon... Neun Leute, das heißt wir müssen acht Leute ausschalten Das ist nicht das größte Problem Scheiße Scheiße B321, ich habe von euch gar nicht mit Kurski immer gespielt Pfff Okay, bros Ich habe den Map aus Tee Ich weiß gar nicht, kenn ich die mehr? Wieso, gebrennt von diesen Lastwagen da Ich habe den Map aus Tee Ich habe mal einen Spieler gesehen Jetzt kriege ich mal was mit der Flatscher Komm durch Oh scheiße, das war schon immer meine Taktik Ich kann euch an uns vorher erinnern, so, ne? Oh, was ist ein Typ? Hütter, ich konnte aber auch nicht dran, ey Jetzt guckte ich den Anglerscheiße schon wieder Was sind bei mir? Oh scheiße, oh scheiße Alter, wie ein Unfall, er könnte so gut sein, finde ich Oh man, das fiss ich so Boah Ey, Jungs, Alter Das ist ja schon jetzt definitiv, warum wir keinen extra Map hier machen Noch mal spielen Ich bin für den Server Oh, natürlich finde ich meinen Server Ich werde frühe Morgen Cool, das geht in Nullbau Ey, das ist doch ein Witz Witzig Schau mal, wie mein Bad Wars abgeht Squad Bad Wars, ne Schau auf Ich habe Bock auf Solo Bad Wars, das war schon cool gewesen Mal 6er 2.4 Bad Wars Das tut mir auch nicht schlecht 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 5 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 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 9 10 10 10 11 11 11 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 Das war's für heute. Großes Risiko sogar So weit zu gehen Hier war wirklich schlacher In seinem Dingsbleiben In seiner Insel So, ich kann ihn zu mir hinbauen, das ist alles ok Oh Er ist getötet 21 Eisen, das ist nicht schlecht Stecken mit Widerfall, das ist nicht schlecht So So Ein bisschen sortieren wieder Knüppel dahin Es ist aber ein bisschen aufpassen, dass hier niemand rüberkommt Da muss ich natürlich aufpassen Aufgriffe rüberjumpen Das heißt, wir werden in den Attacke-Modus gehen Können Sie nicht erwarten bei mir Zum Beispiel der weiße Oberbau ist ja eben da Das kann der Weichung von früher noch Okay Die sind damit Das ist schon ein bisschen zufrieden So Wir werden nicht mehr Loser Ja, passiert. Das meine ich. Errechnung der Beschuss. Gucken wir mal, wie es sich überbaut. Wahrscheinlich wüsstet. Ja, goldene Annen, wenn es geht, ne? Ich werde eigentlich ein bisschen Elstein hier gönnen. Ich hab genug. Viel Spaß dann hier, das alles zu bauen. Ich fiff dir viele Elsteine. Ich muss erst mal vorbei. Ich muss erst mal vorbei. Entschuldigung. Eigentlich sehe ich nicht, sondern das war nicht viel. Ich muss erst mal gucken, woher die kommen können. Ich würde einfach quippen. Ich kann es natürlich besser in der Nähe von kaufen Schwerd, Schaffe 2, ich will durchschauen Mein Fahrzeug, brauche ich jetzt nicht Zwecke war nicht schlecht Ich sehe nicht viel, das könnte ein Problem werden Das haben wir immer gut vorgelesen Die auch gut ist, das Backup-Rissung zu kaufen Das ist ein rotes Weg Das heißt, er wird jetzt auf mich konzentrieren Das heißt, ich sollte möglichst schnell machen Oh, einer von Gucken wir es im Vorrat Kleines Podest hier Wie ist er denn, mich er denn Wo ist die blau, oder? Wo ist die blau? Wo ist die blau? Na ja, wir sind nicht so gut dran Alles im Auge behalten Ich habe sie vorhin veränderter Perlen Ich bin gleich Vielleicht Wenn sind Lösen unsichtbarkeit So jetzt ist es mir deshalb okay Er hat das Spiel geliftet, okay, jetzt kommt ein leichter Angriff Weiche verkapfeln uns natürlich Die verkapfeln uns Eindeutig Der D ist auf jeden Fall da Gucken wir was er vor hat Warte dann noch von oben Warte dann noch von oben Warte dann noch von oben Also ich geh ein bisschen zurück Das ist ein Traxer Der Dornangel Ich bin ja nicht zu jucken Warte auch, jetzt sind wir von oben Shit Warte auch, jetzt sind wir von oben Okay Jungs Shit 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 Nooo Ich geh mal Respawn Shit 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 So, spinnen wir mal da auch Wo ist unser Brow Er hat jetzt gerade meine Droge bedient Kann ich ihm einfach mal schneller respawn Alter, was macht hier Spawn Trap Wie ehrenlos der Hund ist Ich komm nicht raus Ich hab schon da gemacht Er hat alle meine Droge geklaut Er hat alle meine Droge geklaut Er hat alle mit ehrenlos Er hat alle meine Droge geklaut Er hat alle mit ehrenlos Sehe Pfff Yo, Brotan Es geht, Bro Er hat doch noch einen Glück Ewen Was ist denn Erfolg? Was freigeschaltet? Warum immer ich? Warte, hallo, auf jetzt Ich will dich clean Ja, ok Ja, ok GG GG Hat alles kaputt gemacht, ok, komm Kill me Oh, dann gib mir Stuff Ich will dich einsammeln Bigger Bro Ah, ok Gut, ciao